jo freunde was geht herzlich willkommen zu einem weiteren video und heute wird endlich die 10 euro pay save card ausgelost ich werde den gewinner preis geben und ja erst mal ein riesiges dankeschön dass ihr so fleißig teilgenommen haben wir sind schon über 700 leute auf einem kanal dafür ein richtig fettes dankeschön also ihr seid wirklich die besten danke dass ihr mich so gut supportet dann würde ich sagen beginnen wir eigentlich gleich mal mit der auslosung des gewinnspiels ich habe eine 10 euro pay save card verlost und ja also dann sind wir jetzt beim video wo ich die 10 euro pay save card verlose und dann ja da sehen wir schon die statistik sehr sehr gut sehr viele aufrufe dafür ein riesiges dankeschön und über 200 teilnahmen sozusagen die kommentare sind natürlich nicht ganz genau denn ich habe auch ein paar kommentare geschrieben manche leute haben es doppelt geschrieben die wurden natürlich disqualifiziert und dann würde ich sagen beginnen wir eigentlich gleich mal ich werde mir jetzt die augen verschließen und dann einfach runter scrollen und dann werde ich irgendwo stehen bleiben und das ist dann der glückliche gewinner dem werden wir dann auch eine private youtube nachricht schreiben und ja zuvor möchte ich noch bosinio fifa danken dass er mir das farm mail erstellt hat und dann könnt ihr gerne bei ihm in der beschreibung vorbeischauen seinen channel also er hat auch ein youtube channel da könnt ihr gerne vorbeischauen er macht gute videos dann würde ich sagen starten wir gleich mal mit der auslosung und ich werde mir jetzt die augen verschließen und der gewinner ist rodo xl media der hat schon mal was gewonnen bei mir dass das weiß ich sogar noch der irgendwie mal ein paar coins gewonnen bei mir der wird sich jetzt richtig freuen also frodo xl media hat genau das gemacht was man machen muss er hat das video geliked hat hashtag 410 kommentare geschrieben und abonnent war es sowieso schon da will ich sagen schreiben wir zusammen jetzt schon diese nachricht hier gehen einfach auf kanal info gehen dann auf nachricht senden und dann keine ahnung was ich jetzt schreibt so du hast die 10 euro pay safe card gewonnen und ja dann nachher werde ich noch schreiben was er machen muss und auf jeden fall weiß er schon dass er gewonnen hat und somit ist es auch der beweis dass ich safe bin und ja dann würde ich eigentlich schon sagen war es auch schon wieder mit dem video ich bedanke mich recht herzlich fürs zusehen ich hoffe dass ihr auf dieses video auch wieder einen daumen herum da lassen könntet für weitere giveaways und so weiter und so fort dann werde ich auch mal ein coins giveaway veranstalten und damit ich sagen warst du auch schon wieder mit dem video danke nochmal an viele teilnahmen und danke dass wir jetzt schon so viele sind dass wir über 700 leute sind das ist einfach richtig nice ist ein gutes gefühl und ja dann würde ich sagen war es das mit dem video und ich sage wie immer ciao leute